Wenn der Tag einfach scheiße war, man denkt, what the fuck? Wenn man wahrlich verzweifelt fragt, wait, was geht ab? Was hat das Universum gegen mich? Ja, da verstehst du mich und das Warten auf Antwort leider vergeblich ist. Wenn man da sitzt und denkt, nein, das kann doch nicht sein. Wenn man das jetzt verschenkt für ein bisschen Selbstmitleid, dann schließ die Augen und hör hin, weil es immer ein Lied spielt, das ganz tief in dir drin klingt, wenn du dich nicht verschließt. Wenn es droppt, denkt man an Frühling oder Sommerring, an Hip-Hop, an frische Blüten und an kommendes Leben, an die beste Speise, die es gibt, die Art und Weise, wie man liebt, an schöne Musik oder einfach an diesen richtig nicen Bier. Ich denk an Schreiben, an mit mir allein sein Welten aufbauen, an guten Weinmomente, die verweilen Sterne anschauen. Ich hör mein Meer rauschen, spür den Sand und denk an Tunesien, an Familie, an das Land, an einfach gut leben. Ich brauch kein Luxus, aber nehme gerne Homemade Couscous, frische Limonade, Wassermelone und ich schom, ich denk an Bücher lesen, Filme sehen und ohne Druck, fortgehen an Hamburg, Berlin, Wien, Paris, Budapest, London, reisen und leben. Es geht einfach, deswegen kann man Werte vergeben und Härte verlegen. Man kann Stärke vertreten, mächtig wie ein Erdbeben, sanft wie Federn schweben. Ich hör das Lied in dem Beat, denn der Herzkammer im Gegend. Auch wenn ich mich erinnere und nicht alles, was passiert, vergess, ist, was eigentlich zählt der Moment, das hier, das jetzt, egal wie man flasht. Es geht um das Erleben, vielleicht werden Beats gesetzt, vielleicht gehen wir skaten, vielleicht musst du was tun, was nicht deiner Freizeit entspricht. Doch dann tust du's mit Gefühl, dann tust du's mit Geschick, vielleicht motiviert dich diese eine Snare Drum. Und du merkst, dass du doch noch ein bisschen mehr kannst, noch ein bisschen mehr von dem, was du liebst. Du suchst Kristalle auf Bergen oder tauchst gerne tief, möchtest Kindern was lernen, denn du glaubst noch an sie, philosophierst über das Sterben oder glaubst an ein Ziel, probierst lieber wieder mal was Neues aus oder gehst heute erstmal gar nicht außer Haus, lässt Platz für genau das, was du brauchst. Schreiberei, Malen, Tanz und den Sound. Und du weißt es dann auch, dass es richtig ist, weil du dir Zeit nimmst und fühlst, dich nicht zu wichtig nimmst. Doch unverhüllt dein Ego zeigst, true wie es ist, niemand kann dir nehmen das, was du bist. Manchmal brauch ich den Nebel, hab für Kraut einen Fäbel wie im Sommer fürs Wicken. Manche möchten auch beten und spüren sie erst dann diese Energie, durch die alles begann.